Wie haben wir Expeditionen definieren lassen? Würde ich mir gerne mal das Thema Luxus von dir definieren lassen. Luxus? Ja. Ja, Luxus ist ja ein ganz breiter Begriff. Und ich glaube, wenn wir hier in die Runde unser 100 Gäste fragen würden, könnte ich mir vorstellen, dass wir mindestens 95 verschiedene Interpretationen und Antworten zum Thema Luxus haben. Aber wie interpretiert ihr es? Für mich persönlich ist das Thema Luxus einfach das zu tun, was ich möchte. Ich habe dann die ABBA Revival Band an Bord gehabt. Super Trooper ist wieder gut angekommen. Der Saal wurde gerockt. Und insofern war das also eine tolle, tolle Sache. Aber darüber hinaus dann eben auch viele Künstler hier an Bord gehabt, die stets und ständig dann zur Verfügung waren und das Programm dann hier begleitet haben. Also ich bin einfach sehr dankbar, sehr glücklich, dass wir so eine schöne... Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020